hallo mach mal zu hier ja safety first moin hallo er hat gesagt das muss aber rein mit dem piepser mit dem piepser kommt es rein so wollt ihr euer dummgeschwätz vielleicht vorher machen bevor ich mein intro mache das wäre ja langweilig das wäre ja langweilig servus leute herzheker ich halt die fressig servus leute neues video auf youtube ich bin der jonas und wie ihr seht ich sitze das erste mal 2021 im lift und zwar ein nagelneuer lift am bikepark geißkopf ein bisschen reales intro ja die ersten bikeparklabs 2021 für mich nach ewiger zeit ist meine gopro auch wieder zurück dazu erzähle ich euch aber am besten im nächsten video mehr heute machen wir einfach ein paar chillige bikeparklabs der manu sitzt neben mir und der nico schön regelkonform mit ffp2 maske wenn sich jeder an die regeln hält dann können wir auch in nächster zeit hier bikeparklabs genießen ich wünsche euch auf jeden fall viel spaß mit dem video ich bin voll draußen weil jetzt so lange schon nichts mehr gekommen ist aber meine gopro war jetzt einfach ewig weg und ähm da gab es ziemlich probleme da fliegen leute fast hin gar nicht gut manu kriegt fast einen herzinfarkt auf jeden fall geht es jetzt los ich wünsche euch wie immer viel spaß mit paar clips von den trails hier richtig geil mit neuem lift geht richtig schnell bergauf 4 minuten 38 4 minuten 38 3 minuten 38 3 minuten 38 4 minuten 38 4 minuten 38 4 minuten 39 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 5 minuten 39 5 minuten 39 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Good Good Wooo! Send it poi Wow! Das war's Inside Nochmal inside Wooh! Hier Ja So, wir fahren Downhill aber auf der Enduro Variante hier So wie im Enduro Rennen damals So, wir fahren auf der Enduro Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020